Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich gehe jetzt erstmal eine Pause machen. Ich gehe jetzt erstmal ein kleines Häppchen essen mit einem Kollegen von mir. Da sieht er ihn schon. Da ist der zweite. Ja, und der Chef soll sich schon mal ruhig ein bisschen aufregen. Wenn er einen Herzinfarkt kriegt, kriegt er eines, ist mir auch egal. Scherz beiseite. Ja, ich bin mal gespannt, was das gleich gibt. Ich hoffe, die haben noch das, was ich mir so gerade vorstelle, auch preisgünstig soweit. Passt aber alle schon. Da kam gerade wieder die rote Bedrohung. Aber auch okay. Die können wir ja zusammenschweißen, ist auch nicht schlimm. Wie auch immer. Ja, ich habe mir das jetzt gerade so vorgestellt, dass wir erstmal ein Pommes mit Burger essen gehen. Aber das werde ich euch dann auch anschließend zeigen. Wenn wir dann direkt da sind. Und dann heißt das, erstmal schön dick und rund werden. Mal schauen, was die auch noch gleich im Angebot so schönes haben. Passt schon. Und der Kollege grinst hier schon wie ein Honigkuchen. Der freut sich auch schon so. Da sieht er ihn. Da ist er. Und da ist die zweite. Hier ist er. Aber Leute, falls ihr das jetzt wissen wollt, warum ich die drauf habe. Ich habe mir noch die Einverständniserklärung geholt. Das geht auf jeden Fall klar. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe das jetzt einfach so gemacht. Ja gut, dann sage ich mal bis später und wir sehen uns im Teil 2.